So, David, hi! Hi! Du bist jetzt hier heute mit Gastraben, mit Gastro-Sink, ne? Genau. Geht gleich los, du brauchst gleich vorbei. Ja. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ein kleines bisschen, also halt, wenn ich auf der Bühne irgendwie denke, also zwar mag ich das, aber ich bin halt immer ein kleines bisschen Lampenfieber, immer. Und darfst du jetzt für den Auftritt nochmal extra eine kleine Idee machen? Ich habe mich sauber, äh, ich habe mich sauber ernährt, ja. Und halt dadurch, dass ich ja jetzt auch einen sehr guten Sponsor habe, haben mich halt diese Produkte halt auch noch irgendwie sehr gut unterstützt und deswegen habe ich denke ich mal noch eine einigermaßen, ja, so gute Form. Was erwartest du uns gleich? Wie? Was erwartest du uns jetzt gleich? Äh, oder hast du dir ein bisschen was überlegt? Ich habe mir ein bisschen was überlegt, lasst euch überraschen. Okay, wir sind gespannt. Alles klar. Okay, euch auch. Ciao. Vollster Respekt für den Menschen, der für wenige Sekunden hier auf diese Bühne kommt. Weltmeister, mehrfacher Deutscher Meister und und wir werden jetzt nicht singen und wir werden nur singen. Wir lassen vor kurzem ein Geburtstag. Und das in dem Alter so auszusehen, Respekt. Seht selbst. Unser Weltmeister, David Böhme. Und hier, seit dem Alter so auszusehen. Und hier, seit dem Alter so auszusehen, Und da war wirklich die Stärke. – Ich bin jeder, in der zum Eingrenpoonstelle. – Das war es so, wie wir heute auch noch nie. – Das war es so. – Das war es so. – Das war es so. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh my god 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 Oh my god